Ein schönes Zuhause ist viel wert, nicht zuletzt wegen der vielen wertvollen Dinge, die nach und nach angeschafft werden. Doch das, was man sich mühevoll aufgebaut hat, kann durch einen plötzlichen Schadenfall wieder zunichte gemacht werden. Deshalb sind wichtige Fragen, wie können das Haus sowie Sach- und Vermögenswerte optimal abgesichert werden? Wie lässt sich vermeiden, zu viel zu zahlen? Wie vermeidet man den ganzen Papierkram? Die günstige Paketlösung, mit der sich alle wichtigen Risiken rund ums Eigenheim mit nur einer Versicherung optimal abdecken lassen, heißt GOTA Heim und Haus. Der lückenlose Rundumschutz muss nicht viel kosten. Das gilt auch, wenn es bereits laufende Versicherungen gibt. Denn Verträge wie Gebäude, Hausrat, Glas, Privathaftpflicht und Rechtsschutz bei anderen Versicherern werden angerechnet und vom Beitrag der GOTA Heim und Haus abgezogen. Und von Anfang an gilt der volle Leistungsumfang der GOTA. Die Highlights im Überblick. Es gibt einen Schadenfreiheitsrabatt bis zu 30 Prozent, wenn kein Schaden gemeldet wird. Bestehende Versicherungen werden angerechnet und reduzieren lässt sich der Beitrag durch eine Selbstbeteiligung. GOTA Heim und Haus – die sichere Lösung. GOTA Heim und Haus – die sichere Lösung. GOTA Heim und Haus – die sichere Lösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017